ja hallo jetzt ist der angemaja coach diplomas ideologe paartherapeut und vieles mehr und wenn man aber noch nicht ganz schau mal auf liebe.de vorbei viele kurse die schon viele tausend menschen gemacht haben genau ihr macht gerade ich packe das mal drunter ich spreche es nur ganz kurz an wir bereiten wieder boot camps vor endlich nach einem jahr mit natürlich begrenzter platzzahl und da gibt es ein code gerade und auch einen für meinen hauptspiele kurs spiritualität und nice geiles leben findest du in der video beschreibung so hallo christian hast du ein video online indem du erklärst warum es nicht gut ist wenn die frau deutlich ihr interesse zeigt beim kennenlernen ja ist jetzt hiermit also es gibt so untersuchungen die zeigen dass es beim mann vor allen dingen nicht gut ist wenn der mann straight forward ist das mögen die meisten frauen überhaupt nicht so meine es sei denn es ist ich weiß gerade nicht wie aktuellen schauspieler heißen es ist elias mbarik oder wieder heißt oder auch bestimmt falsch ausgesprochen oder johnny depp oder johnny depp ist glaube ich auch und cool inzwischen egal ihr wisst was ich meine dann ist es vielleicht cool aber ansonsten ist es nicht cool aber es gibt so untersuchungen die zeigen dass frauen das mögen wenn der mann irgendwie ist mysteriös ist seine karte nicht gleich aufdeckt wenn man nicht so genau weiß wie geht es jetzt weiter ist es überhaupt eine dating situation und ja also dieses ist ja auch wenn man mal so romantische groschen literatur liest was hier natürlich alle bestimmt ständig macht nein oder auch im fernsehen solche filme sieht das ist ja immer so dass die frau oder auch der mann da kommt vielleicht noch zu was mir das mit mann ist irgendwelche hürden überwinden muss und dann kommt man halt zusammen das ist ja nie so dass es gleich ja alles klar ich finde ich heute ich finde ich heute alles klar machen wir jetzt klar wenn man mal einfach spaß haben will ist es vielleicht auch okay aber ist nicht so was man sich typischerweise romantisch vorstellt ist aber ein bisschen absurd eigentlich warum macht man sich das so schwer aber es ist der spaß an der jagd tja so sind wir halt was kommen wir fliegen ich hasse insekten genau also soviel dazu und wie ist das denn beim mann also beim mann ist es so das ist da natürlich ne umgekehrt wie ist es bei der frau also frau aus sicht der polarität sollte die frau schon ihr interesse zeigen einer muss natürlich was gesagt natürlich machen das beide immer oft so ein bisschen mit blicken was das ich war man sagt so aus sicht der polarität sagt man halt immer die frau schmeißt sich in den orbit des mannes was aber heißt es so ein subtiles interesse zeigen ist eben auch nicht so ob wir es nur das ist so sich in die nähe stellen die haare fassen also ganzen klischees an lächeln langer längerer augenkontakt als üblich und das ist total in ordnung ist voller polarität gefällt mir dann ich glaube was männern auch nicht so gefällt ist natürlich mögen männer auch ein bisschen jagen und also man mag es auch wenn er so ein bisschen arbeiten muss also das heißt es sollte auch nicht zu ob wir es sein wobei das aus sicht der polarität so rum nicht so tragisch ist also ich glaube auch viele männer wenn sich eine frau sagt willst mich nie mehr daten freuen sie bestimmt viele männer also es aus der sicht wirklich nicht so kritisch also jetzt meine frage zu beantworten ja man sollte es jetzt nicht so überdeutlich machen aber es ist total in ordnung wenn du dein interesse zeichst so bevor es wieder an wieder anfängt ist alles nicht gender neutral natürlich gibt es menschen die lieber in der frauen die lieber in der männlichen polarität sind wenn er lieber in der weiblichen polarität sind dann match das auch und natürlich gilt das auch für homosexuelle beziehungen da muss man halt überlegen wie man wie man ertickt oder an welcher polarität man lieber ist das kann sich auch wieder aussuchen so und also wie man sich halt wohlfühlt es geht nur darum dass man sich wohlfühlt es geht nicht darum irgendwelche normen und regeln einzuhalten und dass man sich wohlfühlt nichts anderes geht ist und wie bei allen dating ratschlägen wenn ihr drauf scheißt und ihr sagt dieser komische psychologe mit fußballtrikot hat eh keine ahnung dann macht das eben ganz anders go for it macht was ihr wollt mir alles egal und genau und wir werden uns wieder sehen und wir werden uns wiedersehen ein